Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein ganz besonderes Unboxing-Video. Das ist nämlich ein Geschenk von meiner Familie zu meinem Geburtstag. Und das packe ich jetzt einmal mit euch zusammen aus. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr, sehr gut verpackt, wie ihr hier sehen könnt. Heatpack ist auch drin. Oh, es sind sogar zwei Heatpacks drin. So, und das sind die Pflanzen, die da drin waren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es scheinen drei Pflanzen zu sein. Oh, wie süß! Und sie sind auch, beziehungsweise diese hier ist unbeschadet. Sie ist sehr, sehr gut in Watte eingepackt. Und das ist eine, ein Anturium-Hybrid. Eine Regale und eine Bessei. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hier seht ihr... Oh, ist es schön! Hier seht ihr sie einmal. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. So, dann geht's weiter. Oh, hier haben wir ein ganz, ganz kleines Baby. Das ist eine Bessei Forget-Eye, beziehungsweise Forget-Eye. Hier seht ihr sie einmal. Auf jeden Fall, wunder, wunder, wunderschön. Denn wie ihr hier wisst, habe ich vor, meine Roadstar-Vitrine, die ich neu habe. Da steht bis jetzt noch gar nichts drin. In eine Anturium-Vitrine umzubauen. Falls ihr da noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, oder vielleicht auch Wünsche bei der Mitgestaltung, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren äußern. Da bin ich ja immer ganz offen für. Ganz vorsichtig. Klebt fest. So. Ich muss sie einmal von dem Flausch hier befreien. Das ist eine Dark Crystalinum und Mac. Also Mac ist wahrscheinlich die Abkürzung für Magnificum. Oh, die ist auch richtig, richtig schön. Schaut mal. Total hübsch und vor allen Dingen super gut verpackt. So, dann geht es weiter. Also insgesamt sind das so, wie ich es sehen kann, fünf Pflanzen. Hier ist eine Magnificum-Regale. Also es sind im Grunde genommen alles hybride. Aber damit habe ich kein Problem. Und sie sehen ultra putzig aus, weil die so klein sind. Auch wunderwunderschön. Und jetzt kommt die letzte. Und das ist eine Regale Luxuriance. Seht ihr sie einmal? Auf jeden Fall auch super, super schön. Oh, ich freue mich richtig drüber. Vor allen Dingen diese kleinen hier sehen extrem putzig aus. Echt schnuffig. Und das war es auch schon mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall sind die Pflanzen super, super schön. Ich zeige sie euch gleich nochmal sonst in Nahansicht. So, hier seht ihr die Pflanzen einmal in Nahansicht. Auf jeden Fall ist das ein wunderwunderschönes Geschenk. Und ich freue mich wirklich riesig darüber. Die sehen bestimmt richtig toll aus in der Vitrine. Und wachsen dort bestimmt auch richtig gut. Schaut mal, wie schön die Blätter sind. Echt toll. So, ich stelle die kleinen immer beiseite. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen super, super schönen Sonntag. Bis bald! Und ich wünsche euch noch ein bisschen was. Und dann bin ich losge-